Ich heiße Evelyn Ruby Groner-Weinheimer. Ich war hier in Friedrichsburg geboren, während der Zweiten Weltkrieg. Mein Vater war in der Krieg in New Guinea und die Philippine. Er war da während der Zeit, als ich geboren war. So habe ich ihn nicht gekannt, bis ich 16 Monate alt war. Ich bin in die Schule hier in Friedrichsburg gegangen. Nach der Hochschule oder High School bin ich nach College oder einer Heereschule gegangen in Nord Texas. Die Universität of Nord Texas. Da habe ich gelernt, sodass ich eine Schullehrerin sein konnte. Und dann kam ich wieder dichter nach Hause in Ausden und habe die Schule da für acht Jahre gehalten. Und dann sind, oder ist mein Mann und unsere zwei Kinder wieder nach Friedrichsburg gekommen in 1977. Ich habe auch hier Schule gehalten und jetzt bin ich hier bei dem Pioneer Museum. Ich bin ein Archivist. Ich arbeite mit den alten Büchern und Bildern und alles, was die Geschichte von Friedrichsburg erzählt. Meine Vorfahren, oder my ancestors, in other words, kamen von Deutschland in 1846. Ich bin der fünfte oder sechste Generation Texan, aber ich bin noch alle Deutsch. Ich spreche Deutsch und Englisch beide. Ich habe ein Bruder und eine Schwester, die beide wohnen auch hier in Friedrichsburg. Meine Kinder tun nicht hier in Friedrichsburg wohnen. Sie sind nach anderen Städten, sodass sie mehr Geld machen können. Meine Schwester hat drei Kinder und die wohnen alle hier in Friedrichsburg. Unsere Kinder sprechen nicht mehr Deutsch. Wer von uns kann etwas von uns verstehen, aber sie können es nicht mit einem anderen sprechen. Deswegen der Krieg ist, warum manche von den jüngeren Leuten heute nicht mehr Deutsch sprechen können. Großeltern haben gesagt, wenn sie das nicht in der Schule sprechen können, dann tun wir das nicht mehr zu ihnen lernen. Warum sollen sie das sprechen, wenn sie das nicht dürfen? Und bei den Zweiten Weltkriechen haben die meisten von den Leuten hier alle Englisch und Deutsch gesprochen. Welche aber nicht. Ich habe immer gewundert, warum, wenn meine Großmutter in Englisch sprechen tat, dass alles immer in rückwärts rauskommt. Aber das ist wegen des, uh, the order of the words, when you translate from English to German. Sie hat immer alles rückwärts gesagt. Habe ich gedacht. Aber das war deswegen. Mein Ehrmann ist in der Countryschule gegangen und er hat immer gesagt, sie durften nicht Deutsch während des Recess sprechen. So sind sie immer raus, an das hintere Teil der Übertragung, an die Gründe, gegangen so dass sie Deutsch miteinander sprechen konnten, wenn sie Football und Baseball gespielt haben. Meine Kinder wünschen jetzt sie könnten Deutsch sprechen, aber wir haben es nicht zu sie gelernt, weil warum sollten wir, wenn sie das nicht ernst so, es war nicht viel Hilfe für sie, wenn sie weiter fortgegangen waren, außerdem, dass sie nach Deutschland gegangen waren. Ich bin schon zweimal nach Deutschland gegangen. Das erste Mal war ich in Berlin und dann Hannover, Heidelberg und Bingen am Rhein. Bingen am Rhein ist, wo mein Ehrmann seine Familie herkam. Ich habe noch nicht jetzt irgendeine von meiner Familie gefunden in Deutschland. Das zweite Mal, wo ich gegangen bin, war es ein Rhein-Fluss-Cruise und wir waren in Koblenz, da sind viele von meiner Familie hergekommen. Okay, that's great. Danke. Bitte.